Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Horizon Zero Dawn. Mit dir machen gleich hier weiter. Ähm, letztes Mal wurden wir angegriffen und das Ziel wichtigere ist, Erster könnte noch leben, also eine Schwester. Äh, von hier, von Ehrend. Ehrend? Ehrend, genau, von Ehrend. Die Schwester könnte noch leben, Leute. Wäre ja was Schönes, wäre ja mal was, wäre ja mal was Positives. Deswegen machen wir damit auch gleich weiter mit der Hauptquest, würde ich sagen, weil es ja gerade auch relativ spannend ist. Es ist ja auch eine Ermittlung und so und das ist ja immer ganz cool. Deswegen würde ich sagen, gar keine Zeit verlieren oder gleich hier durchballern. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ähm, was denn? Genau, warum wir ein Reiz hier, äh, wir wieder weg. Ähm, wir haben einen Läufer irgendwo, ja. Oder hier. Ja gut, laufen wir ein Stück. Laufen wir ein Stück zu Fuß, so wie es ist ja nicht so gut laufen. Ja, komm mal hin, ne? Ja, genau, wenn wir dann so weiter laufen, um den Marker voll, dann kommt der eh an. Ja gut, machen wir ein bisschen Fußmarsch, ja. Also ein bisschen Fußmarsch ist ja mal schön, ne? Da müssen wir sammeln. Oh, wir haben zu Fuß unterwegs zu sein. Ähm, ja. Lalalalalalalalalalalala. Die, 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 die. Wir werden ein bisschen mehr aufpassen. Ich gehe da nicht einfach rein sprinten. Nummer 1 und Los. Oh, wir werden ein bisschen mehrausch. Wir werden ein bisschen mehrer. aus dem glück bleiben sie auch nicht mehr im gebiet die fischer rennen eigentlich die richtige schild die kugelische kugel in der herde dann ist ein problem ich weiß ja eben ein paar blumen sehen aber die die wieder mit meinem Weg auf ich halb tot bin mit der auch nix zum Teil noch mehr und die von Scheißgebiet sie kann nicht wir entscheiden sich hier über die Fischer immer auf die Seite er will Tieren die Garnier an der Angreifen immer ganz nett an ich weiß, ob es im zweiten Teil nachher so ist keine Ahnung ach ja ok, mal gucken wie naja uch die damal komm 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 ah die sind ja nicht ganz so aggro die finde ich auch bald schöner zu 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 ähm der wird so äh der wird so äh der wird so der wird wütend ja vor den kann ich aber gut abhauen ja da rennst du ein bisschen schneller wenn es gut da rennst du noch ein bisschen schneller wenn es gut ja er wird schon ein bisschen gefährlicher die Läufer sind eigentlich ja klar könnt ihr auch in die Fresse treten dann hast du auch ein Gefühl HP wieder weg aber naja wenn man das will macht ihr ja alles HP weg am Anfang noch so ja das Spiel ist ja eigentlich voll einfach ne hier ein paar Wächter da ein Wächter killen da mal einen kleinen Wächter da war das ja da war das Spiel am Anfang war das Spiel noch relativ easy da war das ja nochmal ein paar Wächter hier und da da war das ja da war ja super easy weil das ist ja oben auch muss ich dann wieder mein Reittier abgeben dass ich dann wieder oder da ich dann wieder äh ohne Reittier weiter machen muss obwohl die sind ja oben sind ja oben findest du jetzt sind das alles alle so erlauben ne weil ich bin ja die einzige die die Fähigkeit hat ich hab ich wieder was so verblüffend wie die Fähigkeit dann äh ja gut wir akzeptieren es Reittier kann dort nicht betreten ok aber wir kamen gut durch gestern um die Quest also für euch gestern für mich ich bin es ist ja immer top aktuell sozusagen ich hab die Quest vor ein paar Mal beendet aber wir kamen jetzt die Quest echt gut mal gucken ob diese Quest genauso gut kommt ich hab ja das Gefühl die Hauptquests ich hab ja das Gefühl dass die durchweg ein Tick einfacher sind durchweg so kann das sagen oder das ist jetzt ein Gefühl gewesen weil die einzige Hauptquests einfacher aber ich glaub ich hab irgendwie das Gefühl dass die durchweg die Geschichte durchweg einfacher ist als die die Quests wenn man die Stürme kann man ja so machen ist ja auch ganz nett ne kann man ja auch vierjährige Nebenmissionen mal da aber ich könnte auch gut vorstellen dass die Hauptmission auch noch hier einige Gemeinheiten für uns bereithält bekommen wir hier in Horizon ne aber nur gemeinsam spiel ich meine Aufgabe ist das machen ah ja gut dann kann ich jetzt nochmal da hi oh hallo ich bin der tadellose Marat bitte komm mit mir es geht um eine wichtige Konsultation wie meinst du das? wo ist er ent? er ist drinnen beim Sonnenkönig wohin wir auch unverzüglich gehen sollten folge mir bitte all diese Leute wollen zum Sonnenkönig? ja und alle wollen ihn um etwas bitten unschön aber das ist Politik der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen die Maschinenreiterin mit dem guten Auge es ist so faszinierend ich will niemanden faszinieren zu spät erst kriegen Osteram Sonderrechte und jetzt rennt es aus den wilden Ausstellern von Grier ich rennt jetzt vor mir dran ich akzeptiere dich vor ich hab Tittenbonus alles Tittenbonus danke tschüss ah ignoriere sie Adelige sind wie Kinder die quengeln wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen hmhm wie ist der Sonnenkönig so? wichtig ist wie er nicht ist wie sein Vater ich glaube du wirst ihn ganz vernünftig finden vergiss jetzt immer dass man diese tolle G-Fähigkeit hat Eloy von den Nora Seherin des Verborgenen willkommen du hast mir einen großen Dienst erwiesen errent berichte bitte ich 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 war an Ersas Grab es stimmt Eloy die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie ich fügte sie Ersa als Kind zu im Streit um ein Spielzeug wenn es nicht Ersas Leiche ist kann es sein dass sie noch am Leben ist und ich lasse sie nicht im Stich wir wissen nur dass sie weg ist nicht wer es war da kann ich helfen Ersa hat einen Feind unter den Osteram einen Kriegsherrn namens Dermal unmöglich jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung er muss längst tot sein nun er hat ein Motiv und ist klug genug um Ersa in so eine Falle zu locken er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum ich habe schon einen Agenten losgeschickt er wartet auf Anweisungen von uns auf dem Marktplatz in Scheuerfeld wenn ich Truppen an die Grenze schicke provoziert das die Osteram vielleicht ein paar Garde Soldaten ähm und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora Ernd, Marat lasst mich das mit ihr allein besprechen ich hasse es dir noch etwas aufzubürden doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten ohne ihre Osteram Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können seitdem ist es schwierig den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten aber Ersa schafft es ihr Volk davon zu überzeugen du siehst ich brauche sie hier an meiner Seite und das schnell und wer genau ist der Wahl um der Wahl zu verstehen musst du meinen Vater verstehen er hielt sich wirklich für einen Sonnengott sein Geist war verwirrt er hielt Blutopfer für die Lösung von Tja einfach allem er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen besonders bei den Osteram Derval schlug zurück er baute starke Waffen und rüstete sein Volk mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit er entführte Dervals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring wieso nimmt Derval so viel auf sich um Ersa zu entführen er fühlte sich betrogen sie kämpfte an seiner Seite bis sie begriff dass er Meridian komplett auslöschen wollte da kam sie zu mir wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater seit diesem Tag versucht Derval sich dafür zu rächen und tut das meist an Osteram die mit uns kämpften er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht dass sich ihn längst für tot hielt ich lag falsch ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik bitte sehr man nennt euch einen Sonnengott der seinen Vater erschlug um den Stämmen Frieden zu bringen stimmt das denn? es heißt du siehst das unsichtbare teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen wie viel stimmt denn davon? es kommt schon so hin tja ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen vielleicht nächste Woche ja recht nett habt ihr es hier man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg es gefällt dir nicht dann kann ich dir sagen mir auch nicht ja man muss Geduld haben die Veränderung braucht ihre Zeit aber wird sie je kommen wenn man im Palästen lebt? vielleicht irgendwann wenn Leute wie du mich dabei unterstützen eure Politik erscheint sehr kompliziert die Osseram sind Freund und Feind zugleich ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Erza und ihren Freibeutern viele von ihnen leben jetzt hier ja doch die Präfekten der Osseram-Clane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge wie auch viele Karja-Adlige tja es ist eine heikle Situation insbesondere weil mein Vater die Osseram jahrelang beraubt hat Erza hält den Frieden sie verspricht dass alle profitieren können doch manche die Derval nähren immer weiter ihren Hass was wisst ihr über diese Schatten Karja was haben sie mit Erza zu tun es sind Anhänger von Vaters Regime sie harren in der Festung Sonnenfall aus im Westen wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft sie vergießen Blut im Namen der Sonne um aus ihr Kraft zu schöpfen er sei ist ihre Feinde also hielt man sie sofort für die Schuldigen der Wahl war das klar das war sein Plan ich muss jetzt weiter ich weiß nun Könige sollten niemals betteln aber bitte suche nach Erza wer sagt das? Marath zum Beispiel wende dich jederzeit an ihn oder Arendt wenn du noch Fragen hast ok Leute ins Grenzgebiet begibt dich nach Scheuerfeld ok mach ich du musst so weit weg 2000 naja wenn man einmal anfängt es zu reiten dann ist man schnell da so ok gut ins Grenzgebiet ja machen wir ja machen wir machen wir können wir gleich durchreiten wo 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 ich hab ich hab mir gerade ein Weg gesucht ja ich glaube es war es tschüss das war der falsche weg ja okay ich habe einen weg gefunden auf jeden fall der ich weiß nicht ob der begehbar sein sollte ich glaube niemand damit gerechnet dass man das so weit ausprobiert ja zum glück ist es hier ja auch alles nicht tragisch und ich möchte mit dir aber sprechen dass sie die schnauze also und wieder reitig wie mal hier ist so ein gebiet nicht ist jedes mal selber befindet sich mal reit hier hier ist ewig habe ich ganz froh wenn wir das abgeschlossen haben vielleicht haben wir sogar nach wenn wir erste haben abgeschossen bei Euro weil er war ein und müssen wir nun mal reitig immer verlieren es ist so ein bisschen mir wie die Endeffekt ein bisschen ja ja muss ich mir hier hin wie ein reitier holen ja in folgern vor wenn wir dann ein bisschen mal die reittiere lassen können oder war nie weil ich gestorben verstehe ich auch nicht weil eben was hat er noch da irgendwie ich glaube ist die sport einfach ich auch richtig wenn man sachen die sport aber natürlich die nicht mehr die man die man nicht mehr braucht aber eine reitier muss man ja nicht die spawner ich werde ich noch Ah, okay, komm mit. Okay, diesmal geht es zum Glück schneller. Das ist der Machine Rider. Was? Was ist los? So rennen die weg. Okay, einmal so weggerannt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber nicht von der Form von Meridian aus. Von Meridian aus? Kannste vergessen. Ja gut, breitkopf wieder, ja okay. Aber ist ja mal ganz nett, ne? Wenn man ein paar Sachen freischaltet. Dann hat man ja eine gute Auswahl, wo man denn Reittiere bekommt. Ja, meistens sind wir die Reittiere. Da brauche ich. Ja. 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 Da bin ich wirklich. Theoriell höchst ich ja gegen so jemanden kämpfen wie sie getan, aber... Okay. Äb. 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 Ja, ja. und stein ich bin doch sicher weiterhelfen Und ich habe nicht genug Feuer, dass ich mir das erlauben kann. Ah ja noch ein paar Trampler, auch nicht schlecht. So. Wir sind angekommen in Scheuerfels. Aber dann würde ich auch sagen, weil jetzt, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr weiterzumachen, würde ich sagen, wie es hier in Scheuerfels weitergeht. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Pirates, da geht's weiter. Haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ...